Ja, einen schönen guten Tag, Herr Holm. Was haben Sie denn für Beschwerden? Ja, wie ist denn Sie, Doktore? Ich höre immer Stimmen, aber ich sehe keine Menschen weit und breit. Kapische? Ja, das klingt in der Tat nach einer ernsten Sache. Wann passiert das in der Regel denn so? Das passiert mir immer, wenn ich bin am Telefonieren.